Affiliates, aufgepasst! Es startet der wohl beste Affiliate-Wettbewerb in diesem Jahr für das beste Event in diesem Jahr, nämlich ein Affiliate-Wettbewerb für die Partner-Marketing-Days und der Affiliate-Wettbewerb hat Preise im Wert von 20.000 Euro. Richtig gehört, richtig gelesen, 20.000 Euro, wenn du als Affiliate am Wettbewerb teilnimmst für die Partner-Marketing-Days und lass mich sofort das Wichtigste für dich hier sagen, 5.000 Euro in bar ist der erste Preis. Der Affiliate, der die meisten Tickets verkauft für die Partner-Marketing-Days 2019, gewinnt 5.000 Euro in bar und bekommt diese in bar, live, auf der Bühne, während den Partner-Marketing-Days übergeben. Platz 2 sind 2.000 Euro in bar, gleiche Prozedur. Der Gewinner, der die zweitmeisten Tickets verkauft, bekommt 2.000 Euro in bar auf den Partner-Marketing-Days, auf der Bühne, in live, übergeben. Und dazu kommt noch Platz 3 sind immer noch 1.000 Euro in bar, also richtig, richtig fette Prämien. Platz 4 bis 17 sind dann weitere Hammer-Preise. Zum Beispiel ein Ticket für meine Masterclass X, ein High-Level-Seminar. Ticket-Preis 2.000 Euro netto normal, ist unter den Preisen von Platz 4 bis 17. Oder ein Ticket für das Business Master von Dirk-Michael Lambert, ebenfalls 2.000 Euro netto wert und viele, viele Preise mehr, wie zum Beispiel Private-Coachings mit verschiedenen Speakern der Partner-Marketing-Days. Also, es lohnt sich für dich extrem, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, denn es gibt natürlich nicht nur die Preise, sondern zusätzlich logischerweise auch eine Provision. Und das für eines der besten Events in 2019 mit dem besten Affiliate-Wettbewerb in 2019. Also, du solltest jetzt als Affiliate dabei sein und die Partner-Marketing-Days bewerben. Und das, mein Lieber, ist ein Kinderspiel, denn die Partner-Marketing-Days sind ein No-Pitch-Event. Reiner, hochwertiger, super Content für die Teilnehmer. Wir werden 800 Teilnehmer vor Ort haben, eines der größten Events in 2019 ausrichten und das mit dem ganz klaren Fokus für die Teilnehmer. Die Partner-Marketing-Days sind ein Event für dich und für jeden weiteren Online- und Offline-Unternehmer, um neue Partner zu generieren, um neue Kooperationen zu generieren. Darum geht es bei diesem Event. An zwei Tagen geht es nur um dieses Thema. Denn ein einziger Kooperationspartner, ein einziger neuer Affiliate, kann dein Leben verändern und das logischerweise der Teilnehmer. Deswegen bewerbst du hier als Affiliate ein super hochwertiges Event mit einem super Mehrwert für jeden Teilnehmer. Und für jedes Ticket, was du erfolgreich an den Mann bringst, was du erfolgreich verkaufst, bekommst du on top noch 20% Provision. Wir haben drei Ticket-Kategorien. Aktuell in der Frühbucher-Phase, beziehungsweise es gibt eine Frühbucher-Phase, dann gibt es nochmal eine Special-Phase und dann am Ende gibt es natürlich die finalen Preise. Und wir starten in der Frühbucher-Phase mit Preisen von 97 Euro für das Standard-Ticket und dann gibt es noch ein VIP- und ein Premium-Ticket. Diese drei Tickets kannst du bewerben. Du kannst ganz genauso davon profitieren, wenn du uns Leads generierst. Das heißt, wenn du uns Besucher schickst, die werden zum Lead, da bekommst du natürlich keine Provision. Aber wir haben einen heftigen Upsell-Prozess installiert und das ist wiederum dein Vorteil. Die sich bei uns für den Livestream kostenlos registrieren. Mit denen kannst du bis zum Start des Events noch Provisionen verdienen, weil unser Upsell-Prozess getestet und richtig ausgeklügelt ist. Das ist dein Mehrwert als Affiliate, wenn du die Partner-Marketing-Days bewirbst, die Partner-Marketing-Days 2019, eines der besten Events in 2019. Und denk dran, der Wettbewerb mit 20.000 Euro, mit dem Wert von 20.000 Euro in Preisen, 5.000 Euro Preis Nummer 1, wenn du die meisten Tickets verkaufst. Das ist mein Wort, das ist mein Hammer-Wettbewerb. Und jetzt stellst du dir die Frage, wie kannst du teilnehmen? Super, super easy. Unter dem Video findest du ein Registrierungsfeld. Dort gibst du nur deine E-Mail-Adresse ein, schickst das Ganze ab und bekommst dann eine E-Mail mit den weiteren Schritten. Du schließt dann die Registrierung quasi mit einem Klick auf den Button in der E-Mail ab, hinterlegst deine persönlichen Daten und hast deinen persönlichen Affiliate-Account generiert mit deinem persönlichen Affiliate-Link. In weniger als zwei, drei Minuten bist du startbereit und kannst loslegen und wir stellen dir natürlich Werbemittel und alles weitere zur Verfügung. Aber du weißt, wenn du etwas Außergewöhnliches erreichen willst, dann solltest du dir doch mehr Mühe geben, als die Standard-Werbemittel nutzen und dir selbst ein paar Gedanken machen. Und wie alles weitere verläuft, findest du ebenfalls unter dem Video. Die Fakten. Wie lange läuft der Wettbewerb? Wann sind die Partner-Marketing-Days? Wie viele Provisionen bekommst du? Der Wettbewerb ist nochmal aufgelistet und natürlich die Regeln sind unter dem Video aufgelistet und klipp und klar formuliert. Kein Spam, kein Social-Media-Spam. Ansonsten ist fast alles erlaubt, damit du diese 5000 Euro gewinnen kannst. Also, ich würde mich freuen. Dirk-Michael Lambert würde sich freuen. Heiko Häusler würde sich freuen, wenn du als Affiliate an diesem Wettbewerb teilnimmst und die Partner-Marketing-Days so richtig nach vorne prügelst und du am Ende die 5000 Euro gewinnst. Ich gönne es jedem von Herzen, wer am meisten Gas gibt, wer am besten Gas gibt, der wird am Ende als Sieger auf der Bühne stehen und 5000 Euro in Bar in Empfang nehmen plus die Provisionen, die er bis dahin schon verdient hat. Also, let's go unter dem Video. Jetzt registrieren, also Affiliate von den Partner-Marketing-Days 2019.